In diesem Video geht es um die besten Kaffeepad-Maschinen. Der Qualitätssieger in unserem Kaffeepad-Maschine-Test geht an die Philips Select CSA 250. Wählen Sie mit Kaffeestärke Wahl plus mühelos Ihren Lieblingskaffee aus. Verschieben Sie den Slider intuitiv für einen milden und starken Kaffee oder leckeren Espresso und schon wird Ihre nächste Tasse Senseo zubereitet. Genießen Sie Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack, indem Sie die ideale Intensität und Menge Ihres Kaffee individualisieren und abspeichern. Langlebigkeit, recycelte Materialien und eine automatische Abschaltung sorgen für weniger Energieverbrauch. Die Crema Plus Technologie sorgt für eine besonders feine und samtige Cremaschicht bei jeder Tasse Senseo Kaffee. Passen Sie die Position des Auslaufs an Ihre Lieblingsstaße an. Durch die Direktstartfunktion wird Ihr Kaffee direkt nach dem Aufheizen der Maschine zubereitet. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Philips Senseo HD 7865. Die Senseo Quadrante Kaffeepadmaschine macht jeden Kaffeemoment zu etwas Besonderem. Köstlicher Kaffee jetzt mit einem noch intensiveren Geschmack dank der Senseo Kaffee Boost Technologie. Senseo Kaffee Boost holt das Beste aus Ihrem Pad heraus. Die 45 Aromadüsen sorgen für eine feinmaschige Verteilung des Wassers über das gesamte Pad. So wird der volle Geschmack aus jedem Gramm Kaffee extrahiert. Dieses einzigartige System kombiniert eine einfache Bedienung mit modernem Design. Senseo bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen. Die perfekte Crema vervollständigt Ihren Kaffeegenuss. Die Senseo Quadrante zeichnet sich durch einen extra großen Wassertank aus. Er fasst ein Volumen von 1,2 Litern. Die feine Senseo Kaffee Auswahl und das einzigartige Senseo Brühsystem garantieren eine leckere Crema bei jedem Kaffee. Genießen Sie mit der Senseo Kaffeemaschine eine oder zwei Tassen Ihres köstlichen Senseo Kaffees in weniger als einer Minute. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kaffeepadmaschine-Test ist die C. Wählen Sie mit Kaffeestärkewahl plus mühelos Ihren Lieblingskaffee aus. Genießen Sie Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack, indem Sie die ideale Intensität und Menge Ihres Kaffee individualisieren und abspeichern. Langlebigkeit, recycelte Materialien und eine automatische Abschaltung sorgen für weniger Energieverbrauch. Die Crema Plus Technologie sorgt für eine besonders feine und samtige Cremaschicht bei jeder Tasse Kaffee. Passen Sie die Position des Auslaufs an Ihre Lieblingsstaße an. Durch die Direktstartfunktion wird Ihr Kaffee direkt nach dem Aufheizen der Maschine zubereitet. Diese Kaffeemaschine ist für die Zubereitung von ein oder zwei Tassen köstlichem Senseo Kaffee auf Knopfdruck konzipiert. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.